Kärntens größte Verfolgungsjagd, der der Antenne Autospion. Annika, du hast sehr spitze gehemt, das heißt, du bist sehr aufgeregt. Ja, sehr. Warum? Ja, weil du mich nachfährst. Zur basisdemokratischen Entscheidung, werdet ihr beide damit einverstanden, wenn ihr einen Audi A1 gewinnen würdet? Ja, sicher. Ja, 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 ja. Kärntens größte Verfolgungsjagd, der Antenne Autospion.